In dieser Aufgabe, zugegebenermaßen nicht ganz so einfach, geht es wieder um eine Achterbahn und um die Beschleunigungsfunktion oder aus der Beschleunigungsfunktion, die ein mitgeführter Beschleunigungssensor in Fahrtrichtung irgendwie aufgenommen hat, aufgezeichnet. Da gibt es dann diese Funktion hier. Da sollen wir oder Sie als Frage die Höhendifferenz bestimmen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, aber schauen wir mal. Ich widme mich zunächst mal wieder der konkreten Fragestellung. Ein Beschleunigungssensor im Wagen einer Achterbahn zeichnet in Fahrtrichtung auf den ersten 50 Metern der Strecke S folgendes auf. So, dann kommt diese ominöse Funktion und dann zur Frage, welche Höhendifferenz hat er währenddessen vermutlich hinter sich gebracht, wenn es auf der Bahn keine Reibungsverluste gibt? Und der Wagen als Punktmasse betrachtet werden kann. Also, keine Reibungsverluste ist schon mal ein guter Hinweis. Das bedeutet, ich habe es hier auch schon stehen, gesetzt den Fall, also wir betrachten jetzt mal eine ebene Strecke. Und wenn keine Reibung vorhanden ist, dann setzen Sie Ihre Fahrt mit V0, nicht mit der Anfangsgeschwindigkeit, die Sie nun mal haben, setzen Sie einfach fort. Gradlinig, ungebremst und so weiter. Und das wiederum bedeutet doch, dass da gar keine Beschleunigung ist. Sodass alles, was Sie auf ebenen Strecken machen während dieser Fahrt 50 Meter weit, tritt gar nicht auf, liefert keine Beschleunigung. Ja, das bedeutet aber auch, Sie haben keine Höhe zurückgelegt. Denn das Einzige, was Beschleunigung hervorrufen kann unter diesen Voraussetzungen, ist eine Höhendifferenz. Also, das einfache geradeaus fahren, liefert keine Beschleunigung. Aber wenn Sie eben nach oben fahren, oder nach unten, je nachdem, das würde eine Beschleunigung. Nicht, wenn Sie oben gerade fahren, nicht und dann jetzt auf diesen Sturz zu fahren, wo es dann runter geht. Nicht, oben misst dieser Beschleunigungssensor nichts, nicht und dann nehmen Sie zu. Die Geschwindigkeit nimmt zu. Ja gut, also das bedeutet, es passiert was. Sie nimmt ja nur dann zu, die Geschwindigkeit, weil Sie eine Höhendifferenz zurücklegen. Also, so haben Sie die Beziehung zwischen Beschleunigung und Höhendifferenz. Das ist also eine wichtige Erkenntnis, die also zur Lösung führt. Das heißt also eben, Beschleunigung auf ebener Strecke ist Null. Und das heißt, die Beschleunigung, die hier irgendwie beschrieben werden durch diese Funktion, hängen unmittelbar zusammen mit Höhendifferenzen, die zurückgelegt wurden. So, ich habe jetzt einfach mal, damit es ein bisschen einfacher wird, diese Originalfunktion mal so ein bisschen abgekürzt. Das heißt also, ich habe mal diese 6 Meter pro Sekunde, das ist ein konstanter Wert, den habe ich B genannt. Diese 0,1 pro Meter habe ich A genannt und diese 0,1 pro Sekunde Quadrat habe ich C genannt. Das ist ein bisschen unglücklich, dass jetzt hier die Koordinate auch S heißt und dass die Sekunden, das sind zwei unterschiedliche Größen, wie auch immer. Aber erst mal nicht, wenn ich diese Größen halt hier einsetze, dampfen wir sozusagen diese umfängliche Funktion einfach in die zusammen. Und wie kommen wir jetzt der Sache bei? Das heißt also, wir können voraussetzen, also oder Grundansatz ist, dass, wenn er beschleunigt und Geschwindigkeiten bekommt, nicht irgendwie am Tal, am Grund, nicht, die kann er eins zu eins umsetzen in Höhe, weil ja keine Reibung da ist. Und das bedeutet eben, wir können diesen Grundansatz machen, E-Kin oder Arbeit, die geleistet ist oder die geleistet wird, lässt sich zurückführen auf zurückgelegte Höhendifferenzen. Formal ist ja Arbeit und Energie dasselbe. Alles in Joule gemessen, Einheit, SI-Einheit. Aber Energie verwendet man eigentlich immer dann den Ausdruck, nicht, wenn etwas ein Energiepotenzial hat. Das muss jetzt nicht unbedingt potenzielle Energie sein. Aber wenn ich irgendeinem Objekt Energie zuführe, dann hat es diese Energie. Und was ich dann daraus mache, von mir aus einfach das Beispiel, ich nehme irgendetwas und hebe es hoch. Dann erteile ich diesem Schreiber halt eine gewisse Energie. In dieser Lage, wo er sich jetzt befindet, hat er eine gewisse Energie. Und die Arbeit, die kommt dann ins Spiel, wenn diese Energie nun in Arbeit umgewandelt wird. Von mir aus, indem er einfach nach unten fällt oder auf eine Pumpe drückt, die Luft komprimiert. Da komprimiere ich Luft, das ist Arbeit. Also das ist dann der entsprechende Ausdruck Arbeit. Wenn uns so nichts verloren geht, ist die Energie, wird in Arbeit umgesetzt, eins zu eins. Wissen wir aus thermodynamischen Gründen, dass das nicht immer 100% oder nie 100% sind. Das ist aber eine andere Geschichte. So, und also der Grundansatz hier ist einfach, Arbeit verwandle ich in potenzielle Energie. Oder der Wagen. So, und was ist Arbeit? Nicht normalerweise kann man sagen, dann mache ich mal, ich mache mal hier so einen Strich. Dann kann ich hier so schräg anfangen. Also, normalerweise kennen Sie vielleicht den Ausdruck, Arbeit ist gleich Kraft mal Weg. So, als Prosa-Text. Lohnt sich auch, sich den zu merken. Aber der gilt halt nicht immer. Der gilt so, wie er da steht, nur wenn die Kraft konstant ist. Das ist bei uns aber nicht der Fall. Bei uns nicht die Kräfte, je nach Neigung und so weiter, nicht die variieren. Und das wiederum führt dann immer auf dem Integral hinaus. So kann man eben schreiben, W ist eben der Arbeit, Vorgruß W, als Formelzeichen der Arbeit, vorbehalten, nicht work, Englisch work, daher kommt das. Und ist gleich eben nicht Kraft mal Weg, sondern ich muss halt integrieren über die Kraft und über unendlich viele kleine Wegabschnitte ds. So wäre es hier. Und diese Kraft, die kann ich doch ausdrücken, als Masse mal Beschleunigung, Newton 2. Träge Masse, die ich halt irgendwie beschleunige, ist also m mal a von s. Das ist nämlich just diese Beschleunigung, deren Verlauf ich durch diese Formel kenne. Also f m a mal s mal, oder ds, also integriert über die kleinen Abschnitte, Wegabschnitte ds. Ja, was ich jetzt eigentlich nur, ach so, und dann kann ich eben sagen, und das ist jetzt der Grundansatz, dass ich sage, diese Arbeit, die geht in Höhe, in potenzielle Energie über. Entweder muss ich die Arbeit, also, die Arbeit verrichten, wenn ich diesen Körper hochhebe, und andersrum, wenn er da oben ist und da runterfährt, dann wird diese Energie wieder in Arbeit umgewandelt. Also, das ist jetzt der Grundansatz, der zum Ziel führt, das setze ich einfach gleich, der potenziellen Energie. Also, der potenzielle Energie, E ist dann, wie Energy, ist also das Arbeitsvermögen, so kann man es auch sagen, potenzielle Energie, nicht, und das wissen wir alle, das ist m mal g mal h. So, das ist der Grundansatz, den man machen kann. und jetzt schreibe ich das nochmal deutlicher heraus, was wir jetzt eigentlich davon brauchen, das ist m mal g mal h, fange ich mal so an, vielleicht hier, m mal g mal h, ist gleich das Integral. Also, eigentlich kann ich schreiben, nicht, dass die Masse hier, wie immer, nicht, das ist eigentlich eine Konstante, die kann ich davor schreiben, also m mal Integral a von s die s. So, ja, nun kann ich wieder, nicht, haben wir wieder den Punkt, schwere und träge Masse, nicht, aber wir haben erkannt, das ist das Gleiche, die darf ich rauskürzen, nimm sie also weg, sodass ich dann eigentlich übrig behalte, was ich eigentlich wissen will, daraus folgt, h ist gleich, nicht, das bleibt auf der linken Seite stehen, g auf die andere Seite, also schreibe ich es mal so, 1 durch g, mal Integral a von s, d s, und dann stand in der Aufgabenstellung, also während der ersten 50 Meter, dieses s war gegeben, also von 0 bis 50 Meter. Ja, das ist jetzt die Aufgabenstellung. Also letzten Endes führt es auf das, auf die Integration dieser Funktion hinaus. Okay, dann lege ich mal los. h ist gleich, ich schreibe das einfach mal wieder ab, 1 durch g, das lasse ich ausgeklammert, dann taucht das nicht in meinen Integralen auf, und trage jetzt, also, das Integral, 0 bis 50 Meter, die Funktion jetzt, die schreibe ich jetzt, nehme ich jetzt die hier, wohlweislich, damit das nicht zu kompliziert wird, b mal Sinus a mal s plus c mal s, das ist die Funktion, d s, das heißt, ich muss da eine Klammer drum machen, so, d s. ja, und jetzt kann ich doch wieder schreiben, nicht, das ist eine Summe, das heißt, ich kann zwei Einzelintegrale draus machen, das Ganze mal so ein bisschen auseinander dividiert wird, und damit einfacher und übersichtlicher. Also, 1 durch g bleibt stehen, und jetzt mache ich mal eine Klammer, so, und trage das erste Integral ein. Nun wissen wir Integral b Sinus a s d s. Das b ist eine Konstante, tue ich also vor das Integralzeichen, mache ich mal in einem Schritt, b von 0 bis 50, integriert eben, und dann bleibt hier Sinus a s d s übrig, und dann plus nächstes Integral, da kann ich auch das c ausklammern und schreibe dann das Integral 0 bis 50 Meter natürlich, die spare ich mir jetzt mal. c ist die Konstante, vorgezogen, s d s bleibt übrig. So, muss ich mir die Klammer wieder, die richtige zumachen, ja, die hier, okay. Ja, also, was ich jetzt offensichtlich zu tun habe, ist, zwei Integrale zu lösen, nämlich, dieses hier und dieses hier. Nicht, das ist also 1 und das ist 2. Wohlweißlich, der Konstante, das sich ausgeklammert. Ja, so, vielleicht in Rot dann weitergeschrieben hier, also, Zwischenrechnung 1, darum kümmere ich mich jetzt und das ist eben, schreibe ich es nochmal, der Übersichtlichkeit halber hier raus, von 0 bis 50 Sinus a s a mal s, nicht, also a ist die Konstante, mal s, d s. Ja, das kann man nachschauen, in, in Formelsammlungen, vielleicht. Ich hatte so grob ins Netz geguckt, so ganz unmittelbar war es nicht zu finden, vielleicht steht es im, im, im Brunstein drin, äh, nachher habe ich es gefunden, auf einer Seite, aber wir könnten ja mal, so einen kleinen Umweg machen und das, einfach mal selbst bestimmen, durch, ähm, durch Substitutionen, nämlich, äh, habe ich da oben Platz, ja, da habe ich noch reichlich Platz, da mache ich einfach mal in einer anderen Farbe, diese, diese Umrechnung, also, wenn man das jetzt schreiben würde, in, in Mathematik, Sprache, nicht, dann würde man irgendwie finden, Sinus a x, das ist das, was man, dx, nicht, so, wenn es das gilt, heraus zu bekommen, dann, würde man hier, sozusagen, eine Substitution anwenden, also, Substitution, und ich nenne einfach a x gleich u, beziehungsweise u gleich a x, nicht, also, ich sage einfach, äh, Substitution, äh, hier mal u gleich a x, also, ich da so Sinus u schreiben kann, und dann, muss ich also rausfinden, ich muss das dx dann ja auch irgendwas dafür, nicht, äh, von u Abhängiges schreiben, also, was muss ich machen, dann leite ich doch dieses einfach mal ab, nach x, da schreibe ich du, also, daraus folgt, nicht du nach dx, heißt, also, diese Funktion, die leite ich nach x ab, eine Konstante, abgeleitet, 2x abgeleitet, gibt 2, also, die Konstante bleibt stehen, also, ist das doch einfach a, so, und daraus folgt dann doch, dass ich dx schreiben kann, als, dx ist gleich du durch a, nicht das a kommt runter, dx nach oben, oder 1 durch a du, kann man doch so schreiben, ja, so, was muss ich jetzt tun, jetzt muss ich diese, diese Erkenntnisse hier einfügen, also, ich wollte hier schreiben, Sinus u du, will ich schreiben, Sinus u du, damit das dasselbe ist, aber du, äh, beziehungsweise das dx, ist 1 durch a mal du, also mal 1 durch a du, also das hier, wenn ich mal ein Pfeil, habe ich da jetzt eingesetzt, und wenn ich das jetzt, nochmal schöner schreibe, 1 durch a, kann ich da hinschreiben, 1 durch a, mal Integral Sinus u, ja, von mir aus auch in Klammern, du, bleibt das stehen, noch zu sehen, jawohl, ja gut, gut, aber das ist auch was Normales, Sinus, nicht, wie war das noch, vielleicht schreibe ich es hier hin, Sinus, ähm, abgeleitet, gibt Cosinus, und Cosinus abgeleitet, gibt Minus Sinus, und Minus Sinus abgeleitet, gibt Minus Cosinus, das wäre der Weg, sozusagen, bei der, bei der Ableitung, den hatten wir ja schon mehrfach, nicht, und jetzt habe ich ein Sinus, und integriere den, muss ich also in die andere Richtung gehen, also offensichtlich Minus Cosinus, so, und dann, äh, jetzt habe ich da keinen Platz mehr, das ist jetzt, äh, didaktisch nicht ganz so schön, ich, ich mache dann tatsächlich mal hier so ein, so ein Pfeil, also da geht es jetzt weiter, das heißt, das integriert ist 1 durch a, mal Sinus gibt eben, äh, Cosinus, also, äh, Minus, Cosinus, U, ja, und jetzt muss ich also nur noch, das U wieder ersetzen, durch AX, dann kann ich das ein bisschen schöner schreiben, das Minus, nach vorne, großen Bruchstrich, muss durch A teilen, und U, habe ich doch aus, habe ich doch ursprünglich, also Rücksubstitution, darum geht es jetzt, ist gleich, also, äh, AX, das heißt, ich schreibe hier, Cosinus, AX, so, das wär's, natürlich jetzt ein unbestimmtes Integral, müsste ich irgendwie noch eine Konstante dazu tun, okay, also das kann ich jetzt hier auswerten, das Integral ist gleich, schreibe ich jetzt hier einfach ab, Minus, Cosinus, jetzt heißt es nicht AX, sondern A mal S durch A, das ist dasselbe, und ich muss jetzt, natürlich, jetzt ist es ein bestimmtes Integral, also, nicht müsste ich hier schreiben, von 0 bis 50 Meter, das ist das eine, und das andere, zwei, das einfacher, da ist es das Integral hier, SDS, also auch wieder bestimmtes Integral, 0 bis 50, SDS, ist gleich wie der Standardformel, X hoch N plus 1 durch N plus 1, also S Quadrat halbe, S Quadrat halbe, und auch hier wieder von 0 bis 50, so, da habe ich die beiden, und dann, ja, dann mache ich hier mal weiter, dann schreibe ich hier wieder ab, 1 durch G, mal, sag mal, mal B, und dann dieses Integral ist das Ding, also mal, ich bleibe es mal in eckigen Klammern hier, minus Cosinus A S durch A von 0 bis 50, und dann muss ich hier plus C bleibt stehen, und das Integral, äh, Stammfunktion von dem Integral ist das hier, also S Quadrat halbe, also S Quadrat halbe, auch wieder von 0 bis 50, so, dann kann die eckige Klammer zu, ja, wo mache ich weiter, am besten vielleicht hier drunter, also 1 durch G ist 9,81, jetzt die Einheiten, die spare ich mir jetzt mal, ähm, geschwungene Klammer auf B, ist 6 Meter, also 6, mal, und dann kommt jetzt hier, Cosinus, also Minus, Cosinus, von A eingesetzt, 0,11, mal S, mal 50, die oberste Grenze jetzt einfach eingesetzt, durch A, also 0,11, dann Minus, 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 ist Plus, und dann steht hier, Cosinus, von 0 eingesetzt, 0 mal S, oder 0 mal A, ist egal, also ist 0, äh, 0,11, Klammer zu, Plus, und dann kommt C, ach, C, will ich einsetzen, C ist 0,1, Plus 0,1, mal, Klammer auf, 50, zum Quadrat, halbe, Minus, naja, 0 eingesetzt, bleibt 0, also das, spare ich mir jetzt mal, so, geschwungene Klammer, zu, und dann bekommen wir, ist gleich, ist gleich, geht hier weiter, naja, 1 durch, 9,81, mal, ich trage mal so die Werte ein, 6 mal, so, und der Wert, ist, Minus, darf man nicht vergessen, so bei all diesen ganzen Geschichten, 6,4425, plus, Cosinus 0, ist 1, nicht, wenn wir wieder, den, habe ich den, nee, den habe ich jetzt nicht, den Kreis, aber, Cosinus 0 ist 1, also, plus 1 durch 0, Cosinus 0 gleich 1, also, plus 1 durch 0,11, Klammer zu, plus, und das Ganze ausgerechnet, ergibt 125, geschwungene Klammer zu, und dann bekommen wir letzten Endes, H ist gleich, wenn wir das alles ausrechnen, 14,36 Meter, das ist ja durchaus realistisch, so, also, so viel zu dieser Aufgabenstellung, die zugegebenermaßen nicht ganz so, trivial ist, muss man schon sagen, da steckt eine Menge Gehirnschmalz dahinter, oder physikalisches Allgemeinverständnis, aber das klingt ganz plausibel.